So, jetzt sind wir unten. Ich finde, das war... Also, hier haben sie das echt schön gemacht. Für diesen ganzen Katakomben. Ach, guck mal, wie süß! Wir müssen also Skelette zusammenformen, die dann für uns tanzen, damit wir einen Schulwappen bekommen. Oder einen Teil des Wappens. Ist auch nicht schlecht. Irgendwie süß. Wow! Äh, Lumos Solem! Geh weg! Geh doch! Wow! Da ist es extremst tief. So. Äh, da komme ich nicht weiter. Mal gerade gucken. Hier muss ich mit einem etwas größeren Tier buddeln. Also, Fang haben wir gerade nicht dabei. Tut mir leid. Hoppala, Scheibenkleister. Also, müssen wir sowieso nochmal zurückkommen. Äh, da. Und auch, dass sie hier so diese Schlangenhaut so, äh, ein... Wow, eindrucksvoll... Ja, komm schon. ...gemacht haben. Äh, ein Oktopus. Bäh. Da komme ich, glaube ich, gerade nicht weiter. Aber hier befindet sich noch ein Skelett. So. So. Hihi. So. Okay, da geht's sowieso nicht weiter. Äh, ach! Okay, wir stopfen dem Oktopus das Maul und er verzieht sich und gibt uns dafür irgendwas aus. Ja, okay. Äh, was wird denn das? Ah, ein Podest zum, äh, zum Hoch, Hochgehen. Ja. Wow. Schon wieder so eine blöde Tentakel-Furunkel. Wie auch immer. So. Hier kommt... Es wird hier nichts weitergehen. Und hier haben wir das letzte Skelett. Also, das war einfach. Und es hilft uns sogar noch. Wie süß. Geht das denn Stöpsel, oder was? Ja. Und noch so ein Oktopode. Äh, jetzt habe ich noch... Nö, jetzt muss ich da noch mal rüber. Jetzt habe ich es nicht geschafft, mir das Wappen zu holen. So, hilft mir einer gerade mal? Danke. Jetzt. Jawoll. Oder? Oh, nein. Ich hätte darauf weiter reiten müssen. Dann rüber. So rum wird ein Schuh. Ja, so wird ein Schuh draus. Aber erstmal hole ich mir hier noch die ganzen Münzen. So. Jetzt nochmal gerade einer bitte hoch hochhelfen. Danke. Hätte ich auch selber drauf kommen können. So. Denn hier... Er hilft uns. Er hilft uns. Er hilft uns wirklich. So, jetzt... Ach, nö. Ach, komm. Ach, komm. Das ist für eine Brücke, oder? Ah. Ah. Nice. Ach, Mann. Diese komischen Viecher hier. Das ist ja lästig wie Sau. So. Gebt die uns hoch? Wow. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Jetzt kommen wir sogar... Kommen wir jetzt schon in die Kammer des Schreckens? Kurz davor. Oh. Und? Ja. Ja. Der vergesste Zauber ist auf ihn zurückgeprallt. Hihi. Ginny. Tom. Ist Voldemort. Oh nein, da passiert das. So, wir müssen jetzt aufpassen. Wir müssen den natürlich besiegen. Muss ich gerade nur gucken. Wir brauchen zuerst mal... Oha. Wir müssen... Wir müssen auf diesen... Wir müssen auf die Dings aufpassen. Dass wir uns davon nicht... Blenden lassen. Denn... Wenn das passiert... Ja, genau. Passiert nämlich das. Wir müssen... Ich muss... Ich weiß gar nicht. Wir müssen... Äh... Oha. Wir... Oh Gott. Wie ging das denn nochmal? Ah, hier. Hier. Einmal rein. Einmal rein. Einmal rein. Rein. Wie ging das denn noch mal? Ich darf gar nicht weiter. Auch nö, du blöd, Mann. Ach so, jetzt. Genau. Jetzt komme ich nämlich an... Am Basilisten vorbei, ohne dass ich... Bist doof, Basilisk. Alter! Wenn die beiden zu dicht aufeinander stehen, dann komme ich da irgendwie nicht weiter. Ein starker Einschlag könnte diese Felsen vielleicht zerbrechen. Oh. Oh. Hallo. Jetzt geh doch mal da rein und... Boah. Ich bin hier gleich tot, wenn das jetzt so weitergeht. Und ich habe noch nichts geschafft, ne? Andauernd unter Beobachtung dieses blöden Basilisten zu sein, ist ganz schön blöd. Boah. Ich kriege hier gleich echten Krampf. So, jetzt aber. Komm. Komm ich hier hoch? Ja, ich komme hoch. Bringt das was? Bringt mir das was? Nicht wirklich, oder? Ach, komm schon. Come on. Ich bin gerade ein kleines bisschen ratlos. Merkt man das? Ich habe jetzt, glaube ich, sogar die richtige Taste gefunden, dass es funktioniert. Alter. Starker Einschlag. Ja, aber wie? Starker Einschlag. Warte mal so. Komm mal weg hier, so. Blöden. Ich brauche auf jeden Fall irgendwie einen Stärketrank. Aber ich kriege dafür einzelne Sachen nicht. So. Weck damit. Der Basilisk ist immer noch genauso stark wie vorher. Ich komme mir gerade irgendwie nicht drauf klar. Was muss ich tun? Was muss ich machen? Ein starker Einschlag. Ja. Ach, guck mal. Ja, und das hat mir jetzt was gebracht. Ah. Alter. Tom Riddle. Oder Voldemort. Wie auch immer du dich nennen willst. Pass auf, jetzt habe ich eine Idee. So, hier. Hier mich einfach hinstellen. So. Und ich habe sie einmal gesch... Ja, jetzt habe ich sie einmal. Perfekt. Komm her. Gib mir mal. Danke. Gut. Nächstes... Nächstes... Rezept. Zack. Jetzt muss ich dann noch mal kurz hingehen. Dann kriege ich vielleicht sogar noch die Dinge hier aufgebrochen. Himmels. Nein, boolt. Ich bin mir nicht drauf.